Herzlich willkommen zu einem kurzen Tutorial, wie du auf Dirty Gaming spielen kannst. Im ersten Schritt musst du dich auf unsere Website registrieren. Nachdem du alle Daten eingegeben und auf Registrieren geklickt hast, musst du deine E-Mails überprüfen. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail ist deine Registrierung abgeschlossen. Und jetzt kannst du dich mit den zuvor festgelegten Daten anmelden. Als nächstes musst du unseren TeamSwick-Server betreten und gegebenenfalls deine Sicherheitsstufe erhöhen. Beim ersten Login erhältst du automatisch eine Nachricht von unserem Bot. Diesen Token kopierst du nun und fügst diesen in deinem Forumprofil ein. Speichern nicht vergessen! Danach klickst du auf unseren Discord-Link und liest dort unsere Regeln aufmerksam durch. Anschließend wechselst du auf den Kanal Bot-Info und gibst dort Rufzeichen Token ein. Nun wirst du von unserem Bot angeflüstert und findest in dieser Nachricht den Token zur Verknüpfung mit deinem Forumprofil. Kopiere diesen dementsprechend und füge ihn in deinem Forumprofil hinzu. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, bist du schon fast bereit. Nun musst du nur noch das TeamSpeak-Plugin von unserer Webseite downloaden und bei TeamSpeak installieren. Kurzer Hinweis, schließe TeamSpeak vorher. Hast du alles richtig gemacht? Dann siehst du nun beim Betreten des TeamSpeak-Servers hinter deinem Benutzernamen einen grünen Haken. Lade dir nun den Dirty Gaming Launcher herunter und installiere diesen in ein separates Verzeichnis. Beim ersten Start fragt dich die Installation nach deinem GTA 5 Verzeichnis und du musst diesen dort auswählen. Ist dies erfolgt, dann lädt der Launcher die nötigen Daten herunter und startet automatisch das Spiel. Sobald das Spiel gestartet ist, landest du in der Serverauswahl. Hier wählst du Dirty Gaming aus. Nachdem du auf Connect geklickt hast, musst du deine Login-Daten eingeben. War die Eingabe korrekt, dann werden jetzt die Serverdaten heruntergeladen. Ist das abgeschlossen, starte dein Fragebogen. Es kommen 15 Fragen zu den Serverregeln, die du innerhalb von ca. 12 Minuten beantworten musst. Nach erfolgreichem Abschluss des Fragebogens kommst du zur Charaktererstellung. Lass dir dabei Zeit, denn dieser Schritt ist nicht mehr änderbar, sobald du den Server betreten hast. Nun hast du alles, um mit dem Spielen loszulegen und die Einreise zu absolvieren. Wir freuen uns, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Liebe Grüße, dein Dirty Gaming Team. Schreiber화방erinnen und Spiele vor capacidad im Hintergrund über зак Unterstützung überisson. Sie können dabei hierfür verbunden, dass du Dinge verстаточно,